Äh, äh, was, was passiert hier? Wir fliegen außerhalb der Map rum. Ja, das seh ich, also ich seh noch ne Sonne und ein bisschen was flackern, ab und zu. Ja. Ich seh dich vor mir fliegen. Oh, ist das dumm. Oh, ist das geil. Ich seh die Sonne nicht mehr. Nein, ich bin gefangen in deinem tiefen Blau. Oh, ich seh einen neuen Planeten. Was? Was? Ich seh gar nichts. Bei mir ist, oh, ich bin tot. Ich bin schon die ganze Zeit tot. Nein, bei mir hat es jetzt gerade neu geladen und ich bin jetzt wieder bei, äh, für Simon, sorry, für das Katapult. Das ist schon sehr lustig, das Katapult, das muss ich nochmal machen, bevor wir in unsere eigene Welt rein starten. Das war, das war, jetzt bin ich schon wieder Stuck. Das muss ich definitiv nochmal ausprobieren. Ja, und so ist dann später auch der normale Transport dann, ne? Hoi! Was ist das, Tom? Oh Gott, man merkt, dass du auf meinem Savegame drauf bist. Na, wieso? Bei mir leckt die Welt. Oh ja, bei mir auch ein bisschen. Weil wir zu weit voneinander entfernt sind. Ähm, ich hab gerade ein Video bei, äh, TikTok hochgeladen. Ja. Das musst du dir mal angucken. Am besten mit Ton, eigentlich. Oh, sabes, jetzt? Oh, naja. Wie lange Bunny zu uns brutality. Oh, naja. Okay, das sehe ich, dich mache. Oh, naja, ecc. Okay, ich habe heute ��면 aligniere ihn nicht. Oh Na, ganz schön! Voll geil. Richtig, richtig gut. Super, so sollte es sein. Das ist richtig gut geworden. So, dann können wir auch mal vernünftig starten. Äh, ja, warte bitte noch kurz, ich hänge noch im blauen Bildschirm, ich muss warten, bis ich einmal wieder gerespawned bin, weil vorher kann ich halt nichts tun. Ach, du wirst nicht rausgeschmissen? Ah, doch, jetzt werde ich rausgeschmissen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsstest du rausgeschmissen werden. Oh shoot, Codierung überlastet. Was ist das denn in letzter Zeit? Hier, maximal FPS, ich brauche nur 60. Bitte, danke, das reicht. Vielleicht liegt das auch daran, dass du alles auf Ultra stehen hast. Das ist eine freche Vermutung. Ich habe zum Beispiel die Schattenqualität auf Mittel. Jetzt steht zumindest nicht mehr Codierung überlastet dort. Naja, aber du bist ja auch nur im Titelscreen. So, was musst du dir in die Dünenwüste, oder? Ähm, nein, Rocky Desert. Felswüste? Ja. So, Beitritt nur auf Einladung übernehmen. Erweiterte Spieleinstellung. Oh mein, ich habe gar nicht gekriegt. Nein. Oh, verdammt. Oh, was? Ah. Ich glaube, ich kann dich erst einladen, wenn ich gelandet bin. Ja, dann gucke ich mir die Startsequenz danach an und dann fangen wir dann zusammen an. Warte mal, kann ich mir die Startsequenz dann nochmal angucken? Das kann ich dir nicht sagen. Okay. Attention, Pioneer. I am Ada, your personal instance of the Artificial Directory and Assistant. Welcome to the Fix-It Incorporated Save the Day Program. A Fix-It Pioneer has three core assignments. Construct. All Pioneers must follow Fix-It guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every Pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts, and power infrastructure. Explore and exploit. Fix-It selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designate. And that is why the world is counting on Pioneers like you. Fix-It. Short-term solutions to long-term problems. Initiating planetfall. Atmospheric entry in three, two, one. beginning arrow assist. Drag within acceptable parameters. Descent phase begun. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retro propulsion. Touchdown. Planetfall complete. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer. Acceptable. Und damit sind wir Objective-based introduction. Begin on boarding. Du hast einfach gegrinst wie ein kleines Kind, was ein neues Spielzeug bekommen hat. Es war sehr süß. First contact safety tool support. Ah, das ist so geil. Adhere to fix-it procedure and equip the fix-it ink xeno zapper before leaving the drop zone. Ich hab dir den Code geschickt. Ich hab dir den Code geschickt. Ich hab ihn erhalten. Oder ich hab dir Code geschickt. Das ist jetzt... Behalt deinen Code für dich. Aber ich glaube nicht, dass ich noch mal lande, weil ich müsste dann ja theoretisch... Ne, ich hab die Startsequenz nicht. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wo zur Hölle bin ich? Oh ne, ich bin ganz woanders als du. Aber ich kann nicht auf der Karte sehen. Ich hab auch gar nichts im Inventar. Doch, hab ich. Ich hab auch nichts im Inventar. Ja, doch. Ich dachte, ich hatte den Xeno zapper nicht. Next objective. Dismantle the drop pod. Fix it incorporated as cost-effective and efficient. Ja. Da ist direkt so viel auf meinem Weg zu dir. Siehst du mich? Ich bin nämlich näher an unserem Ziel dran, wo wir hin müssen. Und ich muss mal eben anstatt deinen Stream die Karte aufmachen. Ansonsten finde ich den Weg nämlich nicht. Weil ich einfach ein bisschen unfähig bin. Okay. Next objective. Use the resource scanner to find and collect additional iron to be able to build the hub. Wie ist das schon immer? EDA? If you can find iron, be assured scans of the planet have revealed sufficient iron sources. Ich glaub das ist neu dazu gekommen. Okay, ich muss mich kurz orientieren. Potential edible collected. Eating it and surviving does not count as a valuable tool. Field test and does not generate enough data for fix it to make an informed decision. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht so schnell. Ich glaub ich muss in die Richtung hier gehen. Ja bleib doch mal stehen, dann können wir zusammenlaufen. Das wird übrigens jetzt sehr abenteuerlich den richtigen Weg zu finden. Ich kann mal nach Eisenerz suchen. Okay. In irgendeine Richtung. In irgendeine Richtung. In irgendeine Richtung. Da ist Eisenerz. Das semi-slug species seems to persist entirely through absorbing and storing energy from its surroundings. Studying this could provide new methods for improving fix and production line efficiency. Store this potential resource for later use. Also ich seh auf jeden Fall, dass es sich prägt. Oh no. Irgendwas hab ich gesehen. Notable features are blunt teeth suggesting it is a balance and a thickly plated skull and slime suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Au. Preserve the remains for later study. Das hat mich gestupst. Hi, na? Na? Ich bin erstmal vorsichtig, ist aber weggesprungen, falls du mich anspringen willst. Achso. Ich glaube wir müssen irgendwo hier lang. Hm? Was? Nein! Haha, spinnen! Ich hasse diese Viecher, ehrlich. So eklig. Ich glaube wir laufen auch noch mehr davon. Ähm. Das habe ich mit dir. Okay. Okay. Oh. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich bin genau, oder wir sind genau in die falsche Richtung. Warte, da hinten müsste es mehr sein. Ja, da ist das mehr. Das ist jedes Mal wieder ein Payne ohne Karte, den Startpunkt zu finden. Ja. So, warte. Warte, irgendwo muss der Fluss sich auch wieder treffen. Irgendwo fließt er zusammen. Ich weiß gar nicht, das erste Mal, dass ich da hingekommen bin, war halt auch einfach reiner Zufall. Moment, hier sind zwei Flüsse. Nice, wir sind gerade... Oh. Schieß, gedöhnt's. Ja, treffen die beiden aufeinander. Wunderbar. Okay, ich weiß wieder, wo ich bin und ich weiß, wo, wo bin ich das. Oh, okay. Wir müssen auf jeden Fall genau in diese Richtung gehen. Allerdings gleich irgendwann ein bisschen vom, äh... ...Aberfluss abweichen. Genau, jetzt kommt nämlich diese Brille. Das Wasser aussieht wie so eine Brille. Zumindest so ähnlich. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist überhaupt nicht schlimm. Okay, ich sammle die ganze Zeit Blumen. Das ist gut. Hast du schon den Speckpilz gesammelt? Bestimmt. Auf der ich jetzt verlasse. So, Moment. Hier geht jetzt... ...das Ding lang. Und jetzt müssen wir, glaube ich... Äh... Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja. Bist du? Ach da. Äh... Warte. Der kommt unerwartet, wo... Warum ist hier... Warum ist hier Wasser? Oh, ich weiß, warum hier Wasser ist. Ja? Ich glaube schon. Ja, ich weiß, warum hier Wasser ist. Wir sind... ...immer noch so... ...wenigstens auf dem halbwegs richtigen Weg. Schieße Ding. Ja, wir können froh sein, dass sie dich gefragt hat, wo Stroh ist. Guten Abend, Zuschauer. Und du hattest ganz recht, die haben die Server verkackt. Hallo, Zuschauer. So, hier ist noch so ein... Warte mal, warum sind hier... ...stinke Dinger? Doch, doch, ich weiß noch genau, wo ich bin. Okay. Mhm. Meine Güte. Wenn ich hier langlaufe, muss ich immer an die Geschichte von Funk denken, die er Gronkh während... Ich glaube, während Satisfactory war, das tatsächlich erzählt hat. Ähm... Dass seine Frau mal gesagt hat... Ich weiß auf jeden Fall, wo wir langen müssen und die kamen nie am Ziel an. Dann sind die den ganzen Tag in England mit der Bahn gefahren, nur um hinterher nicht am Ziel anzukommen. Oh, wow. So. Ähm... Wir sind richtig. Wo bist du? Ich bin irgendwo hinter dir. Wir werden fast... Wir hätten fast im eigentlichen Biom starten können. Nein. Naja, da hinten fliegt der Dingsens rum. Ja, aber das eigentliche Biom ist ganz unten, oder nicht? Das ist voll weit weg von hier. Okay. Also so richtig weit weg von hier. Okay. Wir sind ja ganz oben auf der Karte. Ah. So. Naja, wie soll ich sagen, als du noch nicht on warst, konnte ich es mir denken... Ja. Verdammt. So. Ich hoffe, dass das Vieh jetzt nicht hier ist, aber hier war letztes Mal, als ich... Ja, ich habe schon ein bisschen Spinnenvieh. Da habe ich jetzt auch eigentlich gar keine Lust drauf und gar keine Zeit für. Okay. Äh. Problem. Oh. Lauf einfach. Au. Au. Schön, hier kommen jetzt noch die Kleinen dazu. Ich glaube, ich muss mir links abliegen. Bitte lass mich nie sterben, bevor ich da bin. Okay, ich bin auf jeden Fall falsch abgebogen. Und ich bin gleich tot. Ja, ja, ich auch. Okay. Ich glaube, sie verfolgen uns nicht mehr, aber... Ähm. Von dem aus kommen wir da nicht hin. Ha! Ah! Nein, sie sind definitiv noch nicht weg. Ha! Hilfe! Ähm. Ähm. Hm? Oh, du bist ins Wasser gesprungen. Ich bin hier ins Wasser gesprungen. Ich wurde geschubst. Ich will jetzt nicht wissen, wie weit ich weg bin. Oh, du bist gestorben. Ja. Tut. Ähm. Zuschauer, ich weiß noch nicht mal, wo wir hinlaufen. Deswegen kann ich es dir nicht beantworten. So, das Vieh ist doch bestimmt noch ganz weit weg von hier und möchte mich... Ach, Kruzifix, warum ist das denn jetzt schon wieder da? Ah! Weiß ich nicht. Einfach laufen, 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 einfach laufen, laufen, laufen. Ah, ha, ha. Nein! Geh doch da hoch. Du dummes Kind. Lass mich doch bitte einfach in Ruhr... Kruzifix, hochschau... Ach, nie. Aber wir waren fast da. Das ist die größte Hürde daran, da hinzukommen, dass da die Viecher sind. Okay. Das ist der schwierigste Teil. Hm. Oh. Elektroschneckchen. Ich möchte es gerne haben. Darf ich da nicht reinkrautschen? Ah! Hilfe! 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 Oh, 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 shoot. Oh, hier waren giftige Pflanzen. Das wusste ich nicht. Ja. Hab ich auch die Erfahrung gemacht. Cool. So, dann nochmal von vorne. Ich muss mir auf jeden Fall gleich nochmal eben neuen Tee einschütten. Merk richtig viel mein Hals. Ja, in der Gegend, nackig durch die Gegend laufen. Ist schon spannend. Ja. Ha, 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 ha. Ja. Aber hey, zumindest markieren uns die Todeskisten so ungefähr den Weg dahin. Das heißt, wir müssen nicht mehr wahnsinnig suchen, sondern können einfach laufen. Ja, ich weiß nur nach wie vor nicht, wo wir hinlaufen. Ja, das wirst du dann sehen, wenn wir da sind, weil, wie gesagt, vier reine Eisen, zwei reine Kupfer, zwei reine Kalkstein und einen Geysir. Ist wie an Weibers Fastnacht in Köln in eine Kneipe zu schicken, unbekleidet. Wahrere Worte wurden nie gesprochen. Bin ich jetzt in Kultur-Banause, wenn ich sage, dass ich nicht weiß, was Weibers Fastnacht ist? Bitte was? Ja, so einen Scheiß gibt es im Horten-Norden-Net. Ach, scheiße. Zuschauer klären bitte auf. Naja, es wird wahrscheinlich... Aber du weißt, was Karneval ist, oder? Äh, ja, meine Meinung dazu ist wahrscheinlich auch nicht die beste. Ja, meine auch nicht, aber Hauptsache, du weißt, was es ist. Äh, ja, so halb. Okay, cool. Cool. Die schlimmste Zeit des Jahres für einen ITler, der nicht da wohnt. Ähm. Ach, äh, du brauchst technischen Support, ja, äh, kriegst du leider nicht. Wir sind nicht vor Ort. Wir sind saufen. Oh, ja. Ja, wir haben an Rosenmontag auch frei, also meine ganze Firma hat zu. Wir kriegen Urlaubstag von der Firma geschenkt. Ja, genau so. Und, ähm, das ist halt... Oh. Der absolute Bullshit. Also, schön, dass ihr den Tag frei bekommt, aber für... Alle anderen ist es ein bisschen nervig. Ach was. Jetzt stellst du dich nur ein bisschen an. Joa. Ah, es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel während des Karnevals da zu leben. Ja. Du hast, ich glaube, deine Todestruhe liegen gelassen. Ich bin da noch gar nicht, äh, ich bin noch auf dem Weg dahin. Ich muss mich nur eben kurz wieder ein bisschen hochheilen, weil... So wahnsinnig viel Leben hab ich dann doch nicht mehr. Oh, oh. Och, nee. Was? Weißt du, ich bin extra weit außen rumgelaufen, ne? Extra wegen Riesenmoppelchen bin ich richtig weit rumherum gelaufen. Und er kommt trotzdem hier hin. Was soll ich denn gegen Riesenmoppelchen machen? Ich bin langsamer als er. Dich auf den Stein stellen. Ja, ich wurde schon wieder runtergeboxt. Und bin tot. Hm. Riesenmoppelchen ist echt ein Problem. Weißt du, ich bin extra, weil der das letzte Mal so weit links stand, bin ich extra weit nach rechts gegangen. Damit ich außen rumlaufe, weil letztes Mal hat's funktioniert. Und jetzt steht er einfach ganz rechts. Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall ganz viel Essbares finden. Wenn ich die Chance habe, da irgendwie anzukommen. Mhm. Und an Weibers Fastnach, auch Altweibers Fastnach, ist dasselbe, als wenn du nackig in den Häcksler springst. Ich... Ich habe keine Ahnung. Laufen die da auch einfach alle besoffen über die Straße und das sind halt nur Frauen oder was? Also ich glaube, an Karneval gibt es keinen Tag, an dem Leute nicht besoffen sind. Also ist das eine ziemlich vage Beschreibung. Äh, äh, ja. Ich... Halt die Fresse. Warum bist du denn hier zu liebevoll zum armen Zuschauer? Ah, ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Und die kennen kaum Hemmung. Ah, ah. Die haben sich die letzten drei Gehirnzellen weggesoffen an den Tagen. Da erwarte ich gar nichts mehr. Und dennoch werde ich jedes Mal enttäuscht. Ist das auch die Kacke mit, äh, es werden bei Männern die Schlipse abgeschnitten? Mhm. Ja, beziehungsweise das ist Altweiber, aber ja. Okay. Ah, ich bin auch tot. So, Versuch Nummer drei. Jetzt werde ich hinkommen. Ja, ich versuche gerade den Dingenskirchen, äh, platt zu machen. Ja, dafür bin ich zu unfähig. Ich kann dem einfach nicht ausweichen. Den Kleinen, bei den Kleinen geht's noch, weil ich einfach drüber hüpfen kann, aber bei den Großen bin ich auch geschmissen. Oh. Möchtest du eine nicht nette Meinung zu diesem Schlips abschneiden hören? Ja, von mir aus. Ähm. Würde ein Mann bei einer Frau den Joker durchschneiden, ne? Oder da dran rumschnippeln. Würde doch straight ab die Polizei kommen und, äh, den Typen festnehmen, oder? Vermutlich. Hm. Müssen wir da ein bisschen Gleichberechtigung reinbringen? Vermutlich. So, jetzt geh ich ganz links rum. Wenn mich das Vieh jetzt immer noch erwischt, weiß ich halt auch nicht mehr weiter. Zuschauer, ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Jetzt ernsthaft, ich hab wirklich keine Ahnung. Manni führt uns hier irgendwo hin. Okay, da hinten ist das Riesenmoppelchen. Wenn ich jetzt einfach ganz schnell renne, zieht er mich nicht. Ohaha, der Plan ist perfekt. Cycle natürlich, er hat mich wirklich nicht gesehen. Mann, ich bin gleich bei meiner Todeskiste. Was gut ist. Ich hab keine Ahnung. Sie ist auf irgendeinem Masterplan unterwegs. Hä? Ja, natürlich bin ich auf dem... Wie... Hä? Natürlich. Ich verstehe jetzt auch irgendwie nicht, wo das Problem liegt. Ja, dass wenn man wahrscheinlich die Position rausgefunden hat, wo du hin willst und die Startposition eingibt, man irgendwie wahrscheinlich 3,50 Meter mit der anderen Base näher dran gewesen wäre. Stimmt gar nicht. Bestimmt nicht. Ich muss nur grad ganz kurz gucken, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Aber ich werde den Weg finden, versprochen. Okay. Oh, elektrische Schneckchen. Nein! Okay, das sind nur kleine, die krieg ich hin. Ich bin hier irgendwo unterirdisch, ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaub, erstmal muss sie rausfinden, wo sie ist und wer sie ist. Dann kann sie sich vielleicht von Weltherrschaft sprechen. Ich würde auch gern wissen, wo ich bin. Noch viel lieber, wo ich hin muss. Oh, warte mal, ich glaub, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Das wäre ja jetzt Ultra-Premium, wenn ich's jetzt durch Zufall wieder gefunden hätte. Oh, nö. Ich hab nur ein Brack gefunden. Warte. Brack. Daran kann man sich doch bestimmt orientieren. Ja, du musst nur gucken, was drin ist. Oh, warte mal, ich hasse diese Viecher wirklich. Weißt du, die sind auch zu feige, alleine anzugreifen. Nein, die müssen immer direkt zu zweit kommen. Oh, klar. Wenn sie weiß, wer sie ist, wird es wohl ne eisige Gegend, oh. Hey. Muss man nicht frisch werden hier. Äh, so als Ellie. Wieso hab ich eigentlich auch gar nichts anderes erwartet? Ich hab extra gewartet mit dem Teil. Ich kann mal eben kurz was schnabulieren, weil ich weiß, dass da auch wieder Viecher sind. So, jetzt sollte ich aber langsam in die Richtung kommen, wo ich hin muss. So, ich könnte natürlich auch einfach mal ne Eisenerz suchen. Ja, ich hab's gefunden. Ja, ich hab's gefunden. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, ich hab das Riesenviech getötet. Nice. Dann wird es mich schon nicht mehr stören. Ach, da unten im Wasserfall liegt eine andere Kiste, okay. Ja, die werd ich einfach da lassen. Okay. Hallo, Rot-Foxi. Hallo, Rot-Foxi. Oh, Gott, das war sehr anstrengend dafür. Boah, ich muss mir mal eben neuen Tee einschütteln. Bin ich zwei- oder dreimal gestorben? Den hatte ich extra vorbereitet, den Death-Counter. Ich hatte nicht gedacht, dass ich den innerhalb von fünf Minuten im Stream starten muss, aber okay. Oh, ja, das Status-Update ist doch im Zweifel doppelt so viel. Ja, ich wollte auch nicht antworten, aber mein, 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 meine Stimme ist gerade ein bisschen abgekackt. Ein bisschen. Hm. Okay, wir haben unsere Start-Location dann auch nach 15 Jahren endlich mal erreicht. Uh. Bup, bup. Fast verschluckt. Das wär schlecht. Was ist das denn für eine Start-Location? Ja, ist doch voll geil. Hier sind voll viele reine Erzquellen. Aber null Platz. Ja, das, das, man kann doch einfach in die Luft bauen. Ich seh das Problem jetzt nicht. Ah, wir könnten in die Richtung bauen. Genau. Hier scheint sehr viel Platz zu sein. Ähm, eine Sache noch. Ja. Die ist ganz wichtig. Ja. Wirklich sehr wichtig. Oh mein Gott. Äh, mit Steuerung kann man die Bodenplatten an, äh, die Welt ausrichten. Oh, das ist wirklich gut zu wissen. Am Raster der Welt. Oh, das ist wirklich gut. Äh, das kannst du halt hinsetzen, wie du möchtest, ne? Mhm. Und das ist ein bisschen sinnbefreit. Mhm. So. Ich muss das dann ja mal wieder spielen, auf jeden Fall. Vor allem, weil ja jetzt auch eine Story mit dazugekommen sein soll. Äh, nun mach mal hinne. Ich möchte wissen, wo ihr startet. Die Location kenne ich. Da kann man auch spawnen. Also direkt. Oh, wow. Äh, die A hieß die nicht mal anders. Ja, genau das waren auch meine ersten Worte, als ich hier drauf kam. Äh, ja, die hieß mal anders. Hinweiswähler. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ja. Okay. Geh mal hier an das Hub ran. Oh, warte, ich hab mir grad voll die Zunge verbrannt am Tee. Ah, angenehm. Ja. Intelligenz, Bolzos, Maximus. Äh, klick mal oben auf Meilensteine auswählen. Ja. Oh. Warte, das sieht anders aus. Ja, und guck oben die Anzahl an. Oh, scheiße. Das ging nur bis sechs oder so, oder? Ja, meine Erinnerung ging bis sechs. Okay, cool. Ich hol mir Kaffee, da starte ich nicht, wo ihr seid. Hey. Ich muss mal an die Bergbank ran. Hallo. Du machst mir Schaden, du Depp. Echt? Ja. Hä? Ups. Sack er mal. Hub Upgrade 2, Power and Shell, completed. The smelter can turn raw ore, such as Copper and Iron, into ingots. Und der Biomass-Burner generiert Power, wenn fueled. Also, wie kein Plan, weil ich habe sie immer weggedrückt. Ich habe sie nie weggedrückt, aber ich weiß auch nicht mehr, wie sie hieß. Auf jeden Fall nicht EDA oder das Lohose anders aus. Ja. Sam war das Erz. Ha, jetzt habe ich eine eigene Werkbank. Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du dich ja schon mal um die ersten Erzbohrer kümmern. Ach nee, Moment, die Bohrer haben wir noch nicht, aber um die schmelzen. Hä? Haben wir die noch nicht freigeschaltet? War das nicht gerade bei dem letzten Update? Ich weiß es nicht. Ich meine... Oh ja, Schmelzofen. Oh ja, Schmelzofen. Nice. Mein Gott, net kotzen und... So, das lassen wir jetzt erstmal durchcraften. Danach machen wir noch die Eisen-Dinger und dann... Dann kann ich in der Zeit meinen Hals etwas beruhigen. Äh, ja, dachte ich mir auch gerade. Dann muss man über den Hang bauen und einmal falsch gesprungen und man ist tot. Ist doch sowieso egal, sobald wir jetzt JPEG haben. Jo. Und hier kriegt man halt gerade für den Anfang ultra viele Ressourcen raus. Such mir da mal jemanden, der das mit mir wieder zockt. Hier, mach das, mach das. So, da wir jetzt die Location gefunden haben, kann ich deinen Stream auch wieder anmachen. Und zwar, ich bin gerne im Kino, sodass ich den Chat sehen kann, damit ich sehe, wenn ein Zuschauer über mich lästert. Ja, der einzige Sinn und Zweck dahinter. Ja. Oder kann man bei euch mit einsteigen? Äh, nee, wir spielen nur zu zweit. Genau. Zumal das sowieso aktuell über eine Privatwelt läuft. Ich hoffe in ständig, dass du den nächsten Plan anheftest. Welchen Plan anheften? Ja, für den nächsten Meilenstein, was ist denn mit dir? Warum machst du das nicht? Ich bin mit dir. Äh, verstehe ich es nicht. Ich wollte gucken, ob die Toilette da ist. Nein. Es gibt wichtigere Sachen. Ja, du schreist auch auf meine Meinung, oder? Oh, geil. Ah, das ist das schon hart geil, ja. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nein. Er hat es kaputt gemacht. Weißt du, den kann man nicht mal alleine aufs Scheißhaus schicken. Er macht es direkt kaputt. Oh, oh. Den Jungen kannst du keine fünf Minuten alleine lassen, ehrlich. Wie ein Kind. Ha, ich mag es. Hm. Oh, man kann sich keine Hände waschen, ne? Oh. Oh. Show. Oh mein Gott. Ich muss ganz dringend los. Freunde, wir müssen unser Figürchen gleich anpassen. Ah, du hast es bei mir auf den Stream gekoilt. Ich mache nur noch schnell die zehn Zement fertig. habe ich. Hm? Hm? Oh. Ultra viele Ressourcen, klar, die du am Anfang gar nicht verwenden kannst. Mangel Säft. Ja. Wir gucken mal. Du siehst aus wie so ein Giftzwerg. Ehrlich. Oh mein Gott. Oh, ist das dumm. Ich mag's. Ja, das war mir klar. Aber ich will eigentlich kein Giftzwerg sein. Das sieht richtig aus wie ein Giftzwerg. Das Ding ist, meine Rüstung ist ja schon orange. Und anders würde ich es halt nicht machen. Außer orange. Oh, es sind genau zwei Betten da. Ich schlafe unten. Okay. Ich hätte ja eher oben geschlafen, aber... Stimmt. Nicht, dass mir bei dir das Bett oben draufliegt. Eben sahste aus wie Lord Hamchen in Bund. Oh ja. Aber endlich ist die... Ähm... Dampfe auch mal was zu gut. Die kann man nämlich mit einem... Einfach auf die Leertaste legen. Du weißt, dass du die nicht gedrückt halten musst, oder? Doch. Die musst du gedrückt halten. Nein. Nein, musst du nicht. Oh, du musst nur einmal klicken. Okay. Ja, das war früher mal, dass man gedrückt halten musste. Beziehungsweise die ganze Zeit drücken musste. Ja, dann merkst du, wie lange mein Update her war. Mhm. Noi. HUB Upgrade 4, Landingplattform und Utilities, completed. Conveyorbelts connect the output of one building to the input of another and transport resources. Due to past incidents, I have been asked to issue a clarification. Portable miners, obviously, do not have a connection for conveyorbelts. There is nothing to suggest, visually or functionally, that they can be connected to portable miners. If this is something you struggle with, do not worry. Fixit has alternative uses for all their pioneers. The next objective, complete HUB Upgrade 5. Okay. Wo ist dein Kalkstein? Hier oben auf dem kleinen Hubbel. Ah, okay. Auch eine reine Quelle, versteht sich. Ja, sauber. Ähm, ach ja, noch was wichtiges. Mhm. Ähm, damit die Gebäude alle gleichmäßig und gut aussehen, ne? Mhm. Müssen wir, ähm, die mittleren Plattformen verwenden. Okay. Für Bodenplatten, glaub ich, zumindestens. Ja. Und auch, äh, weil... Äh, die sind ne volle Fläche. Und da snappen dann auch, äh, die Mauern besser dran und so weiter. So hatte ich gelesen. Hm, na okay. Ich will try it out. Okay. Okay. Rökelchen, hat hier Schmecki im Mund und pitscht mich an. So, was, was, was soll ich tun? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Sind wir schon zu zweit. So, wo war denn Kupfer? Äh, bitte, bitte, wo bist du? Hast du schon bereits, ach nee, das ist auch Eisen, hier hinten. Da. Ah, da. Ah. Natürlich habe ich auch nicht genug Kupfer, um, ähm, 50 Kabel herzustellen. Ja. Oh. Eine Elektrosnagge. Der alte Name von ADA ist EVA. Stimmt, EVA. Stimmt, EVA. Ja. Oh, die wurde doch noch am Anfang dargestellt. Also in der... EVA oder ADA? In der Zwischensequenz kam EVA. Okay. Hm. Then I am confused. Ist das jetzt ADA, weil... Äh... ...die Aliens übernommen haben? Ich weiß es nicht. Man munkelt. Der war im Intro. Hm. Das... Ja, das Intro habe ich, äh, gekonnt übersprungen. Vielleicht haben sie die, äh, Sequenz einfach nicht abgeändert. Äh, glaube ich auch. Show. Jetzt haben wir überall Portable Miner stehen. Sehr gut. Doch, das Intro ist neu. War da was Neues an dem Intro? Äh... Ich kannte das Intro noch nicht so. Also für mich war das Intro neu, ja. Das war doch einfach nur dieses Bild... ...dieser Bildschirm, wo der drauf erklärt wurde, was, äh, FliSid macht oder nicht. Ja, das gab's bei mir noch nicht. Ach so. Bei mir gab's nur Crash Landing. Ah. Oh, nee. Das... Das gab's bei der... ...0.8 oder so. Auf jeden Fall auch schon. Kann natürlich sein, dass sich was geändert hat in der Zeit an dem Intro. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, genau. Ah, genau. Das Alien-Teil war nicht im Intro. Okay. Ja, das hab ich nicht gesehen. Kann sein. Weil da kommen jetzt die... Immer wenn du in die Nähe von diesen Kugeln gekommen bist, hat auch so ne Musik angefangen zu spielen. Ja, so ne Stimme hat zu dir gesprochen, ja. Genau, und das kam jetzt auch im Intro, äh, höre meinen Song oder so. Oder höre meine Melodie. Oh, okay. Richtig nice. Die Portable Miner sind rot. War die nicht vorher orange? Hast du die rot gemacht? Ja, weil ich die aufgestellt hab. Ach, cool. Haben wir schon ne Schmelze? Wenn nein, warum nicht? Äh. Ja. Weil wir die eh abreißen müssen. Ja, ja, aber dann müsste ich jetzt die ganzen Barren nicht selber machen. Wow. Was hast du denn erwartet? Oh, nix. Ja, siehste. Dann kann es auch schon nicht enttäuscht werden. Aber scheint, dass der Multiplayer auch endlich mal funktioniert. Ähm, der hat vorher funktioniert, also zumindest die Server-Version, weil das hier ist ja jetzt gerade quasi ne Single-Player-Welt, auf der ich quasi in Anführungszeichen eingeladen wurde. Genau. Weil die das Server-Update wohl eher verkackt haben als geschafft. Hub-Upgrade 5, Power Expansion, completed. Hub-Upgrade 6. Ich stimme, wenn ich Nasenbluten kriege, mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen. Mhm. Ich mir auch nicht. Ich meine, warum sollte ich denn auch? Das wäre so ein Nasenblut. Da müsste ich ja sonst keine Gedanken machen, ne? Nee, 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 nee. Ich mache gerade die Eisenstangen, auf jeden Fall. Oh, stimmt, wir können das erste Ding jetzt automatisieren, ne? Hm? Ähm, wir können hier jetzt den, äh, sagen wir das schon? Ja, wir können einen Constructor dahinter setzen. Den ersten Schmelzer und dann einen Constructor. Genau. Ähm. Ich sammle mal noch ein bisschen Grünzeug. Äh, hast du in die Truhe reingeguckt? Absolut nicht. Du hast wahrscheinlich einen Arsch voll Grünzeug gesammelt, oder? Nein. Sehr gut, das wollte ich hören. Äh, werde er dann mal in den Lurk gehen und zocken. Macht das viel Spaß. Viel Spaß. So, in die Truhe. Oh, shit, okay. Ja, I, I, I see what you mean. Hehe. Oh, ein bisschen Kupfer habe ich noch, wodraus ich Kabel herstellen kann. Mhm. Natürlich brauche ich Draht dafür und kein, kein Kabel. Macht das nicht mehr Sinn in so einen Co-op Pool erst zu bauen? Was? So ein, ähm, genau das Ding. Ja. Ich hole mal eben Kupfer. Ja. Aber ich habe noch tonnenweise. Okay. Es fehlen genau fünf Stangen. Wirklich jetzt? Das war so klar. 120 pro Minute, ja, das ist schon mal ein bisschen schneller als, ähm, die Portable meine. Ach, ich habe doch selber noch Kupfer, ich bin noch ein bisschen fräsig. Jo. Ich wollte darauf keine Zustimmung. Ach so. Tja. Oh, Jackie hat auch gleich endlich mal Feierabend für heute. Sofern sie pünktlich rauskommt. Okay. Mhm. Wie lange muss sie denn immer arbeiten? Äh, wenn sie Spätschicht hat von 11 bis 19.30 Uhr. Oh. Das ist ja ganz schön. Also acht Stunden quasi mit einer halben Stunde Pause. Ja. Hallo Lala. Hallöchen, Lalalöchen. Hallöchen. Einerseits schade, andererseits verständlich, dass die, ähm, hier unten das Kohlevorkommen noch weggemacht haben, weil das wäre sehr okay gewesen. Oh ja. Dann wäre der Standort wirklich fast nicht zu toppen gewesen. Ja. Ja. Ja? Nee, sag ruhig. Achso, ich wollte Lala antworten. Geht bei euch die Umstellung auf Deutsch? Ja. Äh, ja. Hat wunderbar einwandfrei super duper funktioniert. Ja. Das einzige, was ich machen musste, war, äh, einmalig, äh, Steam neu starten. Hm. Weil, äh, die Updates und so weiter nicht durchgelaufen sind. Oh, ja, gut, ich bin erst so spät online gekommen, dass das bei mir gar nicht, ähm, gar nicht zur Rede kam. Achso. Ja, das ist natürlich auch gut. Ich glaube, ich habe erst um 17.40 Uhr oder so den PC angemacht. Das ist auch entspannt. Ja. Oh, schön, die erste Schmelze. Äh, also bei mir war das unter Benutzeroberfläche, glaube ich, oder? Nee. Oder Spielverlauf? Äh, bei mir war es unter, äh... Oh. Bei mir steht es noch auf United States. Oh, ja, ich habe es im Hauptmenü umgestellt. Und das hat bei mir sehr gut funktioniert. Bei mir auch, aber das alte Spiel war noch auf Deutsch. Vielleicht war das deswegen, dass es bei mir auch so geklappt hat. Achso, ja gut, das kann natürlich sein. So, hauen wir die jetzt noch eben durch und dann haben wir zumindest schon mal Hub-Upgrade 6 fast vollständig. Mhm. So. Okay, never mind. Uns fehlen immer noch 36. 34. Hallo, Peanut. Hallo, Peanut. Oh, Junge, gleich wird behindert, wird's behindert. Oh, ja. Äh. Vollkommen verständlich. Sprache. Deutsch. Nee. Das andere. Was? Ja. Das B-Wort. Ich fange gleich um 20 Uhr an. Uiuiuiuiui. Es wird richtig gut werden. Ja, leider hat das mit den Servern nicht ganz so gut funktioniert. Hm. Hm. Aber die Game-Client-Sachen laufen besser. Hub-Upgrade 6, Landing-Platform-Hydraulics completed, Freighter-Landing initialized. Oh. Wow. 1 und 2 Milestones are now available in the Hub and Biomass-Burners can now be built individually. Your first official objective is to initiate Project Assembly by building the Space Elevator. This objective will take a significant amount of resources, so Fixit recommends getting to work. Ähm. Ähm. Guten Hunger dir. Uh. Ich hab grad den Beton schon geklaut. Was? Ja. Cool. Zwei doofe, ein Gedan... Ein Gedanke. Ja. Äh. Lala. Hast du das denn auf Deutsch gestellt und dann einmal das Spiel neu gestartet? So, ich werd... Junge, jetzt geht es los. Ähm. Ich werd jetzt erst mal meine Bekleidung ändern. Du hast das Wichtigste überhaupt gesehen. Was... Was ist denn mit dir los? Oh mein Gott, da sitzt ein Lama. Da sitzt ein Lama. Big fat drama Lama. Wir müssen unbedingt nur Awesome Sync bauen. Mhm. Nein, das spielen wir nicht. Äh. Äh. Du wirst beobachtet. Das find ich nicht cool. Und ich find ja, äh... Coffee Stain hat noch keinen guten Job gemacht. Hm? Ich seh das hier. Ja. Das zweite Fach. Und ich bin der Meinung, man kann die nicht kaufen. Das ist nicht gut. Nee. Ähm. Dann Zuschauer, würde ich einmal auf, äh... Englisch wechseln. Das Spiel neu starten und dann nochmal auf Deutsch wechseln. Vielleicht ist das ein harter Anzeige-Config-Bug oder sowas. Hachipoo. Hachipoo. Oh ja, ich hab grad voll genießt. Ah. Aber so richtig fett. Okay. Äh, ja, ich mein... Lala. Zuschauer. Also. Ich bin jetzt ich... Ich bin jetzt... Und... Ich bin jetzt... Okay, Lala, ich wünsche dir viel Erfolg beim Essen und beim Ausprobieren. Oh ja. Ich bin so schlecht an diesen Spielen. Oh ja. Voll Concentration oder was? Na, auf jeden Fall. Nimm das da, das kannst du drehen. Was? Wie ich kann die drehen? Kannst du die nicht drehen? Nicht mit dem Skrollrad? Nein, du kannst sie leider nicht drehen. Du musst sie so nehmen, wie sie da sind. Oh. Mhm. Nein, ich habe keine Zeit mehr. Nein, gut. Ja, 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 ja. Oh, wow, ich habe einen Stern bekommen. Wie schön das auch dekoriert ist jetzt mit den Essenstabletten. Oh ja, es gibt was, womit du dir deinen Fußkäse abschaben kannst. Wieso denn nur? Eher weiß ich auch nicht. Die dachten sich bestimmt, auf irgendeine Art und Weise müssen sie Käse ins Spiel bringen. Sonst sind die Zuschauer doch unbefriedigt. Okay. 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 Oh. Was? Wir müssen unbedingt das Upgrade abschließen. Oh ja. Ähm, ich mach grad... Ich hab 84 Stäbe und bin grad bei den 100 Eisenratten drin. Also wir brauchen nur noch ein paar Stäbe. Ich hab Stäbe reingehauen. So. Ja, dann fehlen noch so... Acht. Okay. 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 Vereil dich, ich will ihn unbedingt in die Luft schießen. Komm schnell. Ich hab noch nicht gestartet. Oh, ist das langweilig. Oh. Okay, dankeschön. Noch kann ich es sehen. Ich sehe noch einen kleinen schwarzen Punkt am Horizont. Okay, ich kriege Kopfschmerz, wenn ich auf diesen kleinen weißen Punkt starre. Schwarzen Punkt. Oh Mann. So. Ach, diese Mäm schalten wir auch erst mit dem nächsten Upgrade frei, ne? Mhm. Unbeprädigend. Ja. Auf jeden Fall. Ich hole mal. Hast du noch Kupfer da? Oder soll ich eben welches holen gehen? Äh, ich hab... Ich hab zwar noch 150 im Inventar, aber... Ja. Wir brauchen 300, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Und... Nee. Und dann... Ja. Ja. Mhm. Ja. So, vielleicht können wir als nächstes sehen, dass wir noch einen Miner hinten bei dem Kupfererz draufstellen und noch eine Schmelze davor. Das sollte vom Strom her eigentlich noch passen. Ja. Aber auch nur, wenn wir Biomasse herstellen. Können wir schon Biomasse machen? Ja. Ja, das sollten wir vielleicht als erstes automatisieren. Ich stelle gerade aber mal ein bisschen her. Das ist sehr gut. So, äh... Meine Güte, 300 Draht braucht der. Mhm. Ist ja nur so ein bisschen was, ne? Ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, ich rebe mir mal ein paar Sachen, wo man da hinten noch einer draufstellen. Meiner draufstellen, so. Okidoki. Wir müssten hier in der Nähe auch irgendwo noch ein zweites Kupfervorkommen haben. Das ist, meine ich, nicht das einzige. Ok. Ich glaube, ich mache noch ein bisschen Hintergrundmusikern. Das ist schon sehr, sehr ruhig sonst. Oh ja, das wollte ich gerade machen. Ähm, ich wollte die Musik stumm schalten. Weil ich habe schon gerade die ganze Zeit Hintergrundmusik laufen. Weil der hat gesagt, ähm... Äh, wie heißt das gleich noch? Der schaltet das dann stumm. Also, wenn... Äh, äh... Copyrightmusik läuft. Ja. Das ist ein bisschen, äh, blöd. Mhm. 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 So. Ähm... Eisen brauche ich noch. Eisen und Beton. Hast du noch Beton im Inventar? Äh, nein. Schade. Und Eisen hast du mir auch keins da gelassen. Das ist ja mal wieder typisch hier. Du willst gar nicht wissen, was ich gerade vorhabe. Was mich viel mehr interessieren würde, ist... Warum? Warum? Ich hoffe inständig, dass ich das nicht war. Was denn? Auch nichts. Ah, ist da Kopfhaut drin, ne? Mhm. Und das geht da immer noch nicht rein. Ja. So, jetzt so aber. Ja. Wunderbar. Und ich hatte mich schon gewundert. So. Du kannst erst mal Krams machen, würde ich sagen. Ich würde jetzt mal eben eine Konstruktionslinie für Eisenplatten und Eisenstangen herstellen. Ja, machen's das. Ich mach das selbige dann hinterher für Kupfer, für die Kabel und für Draht. Ja. Aber dafür brauche ich erst mal ein bisschen Eisen. Ja, voll nervig. Mhm. Ich glaub, da bin ich gerade noch schneller mit dabei, wenn ich's mir einfach eben selber herstelle. Mhm. Ich musste meine Worte sehr bedacht wählen. Ja, ich glaube, da bin ich gerade mit dabei. Das Problem ist ja jetzt, wenn es nicht auf dem Server läuft, läuft es nicht weiter, wenn wir nicht spielen, richtig? Äh, ja. Ah, das ist noch ungünstig, das wär schon, schon gut, wenn es das täte. Ja. Aber vielleicht krieg ich den Server ja irgendwie heute oder morgen zu laufen noch. Mhm. Ja, sonst kein Stress, ne? Ja, also. Warum bist du eigentlich nicht krankgeschrieben, wenn du verletzt bist? Weil ich ja laufen kann. Ha. Also. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, ich wurde das erste Mal und ich glaube das zweite Mal krankgeschrieben und irgendwann hab ich gesagt so ganz ehrlich. Bitte lass mich einfach arbeiten. Ja. Weil du hockst ja dann auch wirklich die ganze Zeit einfach nur rum und tust gar nichts. Beziehungsweise du kannst halt zocken, aber. Also heute würde ich sagen wäre nice, ne? Ja, schon. Gut, aber es war ja auch erst um 17 Uhr draußen, das heißt es hätte mir de facto sowieso nichts genützt. Ja. Ja. Und das schlimmste für mich ist eigentlich aktuell eher, dass ich kein Auto hab und zu Fuß laufen will ich nicht, also fahr ich grad bei 8 Grad mit dem Motorrad. ja immer noch besser als irgendwie 1,5 Kilometer mit dem Bein zu Fuß zu laufen. Ja. Schon. Du klaust mir gerade da hinten schon wieder den ganzen Beton, richtig? Ja. Cool. Dann wollen wir mal sehen, wie schnell die Portable Miner sind, dass wenn ich da gleich wieder hochgelaufen bin, dass da bitte schon was nachgewachsen ist. Abgefarmed wurde, wollte ich sagen, nachgewachsen ist. Ja, die sind eigentlich relativ schnell. Das finde ich auch. Zum Glück. Ja. Oder macht es vielleicht tatsächlich eher Sinn, erst mal Beton zu automatisieren, bevor ich Rad automatisiere? Ja, vielleicht schon. Ja, ne? Ich dachte mir sowas. Ich meine, da oben kann ich ja dann einfach so eine kleine Plattform hinmachen. Ja. Das ist ja nur quasi ein Konstruktor. Ja, und dann irgendwie in ne, äh, 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 in Storage rein, ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Na, los. Ja. 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 warte mal ich habe jetzt nicht genug gut dabei um noch einen konstruktor zu bauen kannst das immer deine sachen zur to do liste hinzufügen weiß ich theoretisch ok so so Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss natürlich auch noch schauen, dass ich da unten das Drum hinkriege Ich würde als erstes immer mit einer Kupferleitung weitergehen Wenn nicht, dass das zu weit entfernt ist Ja, okay Das war knapp, ich wäre fast runtergefallen Ja, das ist hier so ein bisschen das Gefährliche für den Anfang, solange man keinen Jetpack hat Was? Hm Habe ich mir sagen lassen, vertet dich Keine eigenen Erfahrungen Sooo, was brauche ich denn hier? Oh, verstärkte Eisenplan Schön Ich meine, das ist jetzt nichts Tolles Es soll nur produzieren Genau, erstmal soll es nur produzieren Soll erstmal nur funktionieren Schön und effizient macht man später Ja Ich bin erstaunt, wie gerade das geworden ist So, gleiches werde ich dann noch unten bauen Für Kupfer Hm Prost Und äh Hattest du es wirklich nochmal ausprobiert Mit einfach Äh, das Dingestens zu ändern Oh Ich glaube, Becky kommt gerade nach Hause Der Hund fliegt wie blöd Okay Also Lala Lala, dass du einmal auf Englisch Stellst Und dann wieder auf Deutsch Also Auf Englisch stellen Spiel neu starten Auf Deutsch stellen Ah, kacke Ah, kacke So Hier kommt jetzt noch ein Miner drauf Ich muss mir noch mal eine Schnellauswahlleiste wieder einstellen Das ist gerade noch etwas nervig Ich habe kein Draht mehr Ähm Ja, okay So viel habe ich auch nicht mehr Ha Ja Äh Vielleicht kommt da nochmal ein Update Oder du musst mal in die Bug Reports reingucken Vielleicht steht da ja irgendwas Und die hatten geschrieben, dass man unbedingt seine Äh Mods aus dem Ordner löschen soll Weil das zu hart ein Problem führen kann Oh, ich hatte gar keine Mods Ich habe immer ohne gespielt Ja Ja So, wie kann man denn nach unten bauen? Okay, ähm, ich seh mal zu, dass ich den nächsten Meilenstein mache, weil ich brauche ganz dringend den, ähm, den Splitter. Okay. Nee, brauche ich, doch brauche ich. Genau, weil ich hinterher möchte, dass Draht eingelagert wird, aber ein bisschen Draht auch weiter geht zur Kabelproduktion. Hm. Hm. Wie? Ah. Dann probieren wir nochmal was anderes aus. Fundamente. Und dann probieren wir nochmal was anderes aus. Ja, aber ich krieg schon das hin, was ich glaub ich will. So. Sehr gut, sehr gut. Jetzt nimm mir doch nicht die Plattform weg, auf die ich mich stellen wollte. Was denn mit dir? Also ehrlich. Tja, sorry. Tut dir eh nicht leid, tu nicht so. Ja, okay. Hier funktioniert das nicht. Egal. Oh Gott. Okay. Tag. Welt répondierlinge. Ich me судier. sociale. Ja. Ich lefel. was machst du da was machst du da wieso ach so willst du es da in die lagercontainer reinschmeißen ich verstehe ja ich habe manager ich habe den manager installiert juhu t1 plums und tot ja passiert weil das ist natürlich höchst tragisch und doof gelaufen ich werde den wahrscheinlich mal kurz vor hause machen ja ich wollte gerade fragen wirst du hier fahrenflüchtig was ich sagte du bist fahrenflüchtig ich habe keine ahnung was das heißt ach das bedeutet eigentlich nur du hast ab ach so ja deine produktion hat zu wenig output meine ja deine natürlich deine welche denn rum naja das ist ja auch erstmal der anfang naja ja ja Ist das so krass, wie langsam die Conveyor-Bells am Anfang noch sind und wie ultra schnell die hinterher werden. Mach dich weg, Rattenvogel. Ich hab aber auch zweimal Echo verstanden. Warte mal eben, bevor du drückst. Ach, willst du versuchen oben drauf zu kommen? Ja. Ich glaub, das geht nicht mehr. Ne, ich glaub, du brauchst ein Jetpack dafür. Naja, oder diesen riesen Funkturm. Gibt mir noch einen Moment. Jojo, hast du Zeit. Oh. Das sieht nicht so von Erfolg gekrönt aus, was du da tust. Ich hab's fast geschafft. Warte. Warte. Darf ich? Warte. Ich muss eben noch was gucken. Jetzt darfst du. Mal gucken, wie gut das funktioniert in Satisfactory 1.0. Okay. Ähm. Auf, auf und davon. Oh. 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 Ich hab ihn weggeschossen. Ah. Geil. Oh, da ist ein Kometeneinschlag. Oh, ich sterbe. Oh. Ähm. Fliege jetzt in die unendlichen Höhen? Das hört einfach niemals auf. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Wenn du mich hier alleine lassen willst, ist das schon okay. Das hättest du mir aber auch einfach sagen können. Ich hätte auch gehen können. Äh. Äh. Ja. Ich. Guck mal. Ja. Ich auch. Und zwar blöd aus der Wäsche jetzt. Ja. Die Web sieht aber ziemlich klein aus. Oh. Da ist meine Leiche. Komm ich auch wieder runter? Oh. Hier gibt's Planeten. Das hättest du auch von hier unten sehen können. Aber man muss doch mal beobachten. Mh. 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 Doch. Jaja. Auf jeden Fall. Doch. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich glaub wir kommen wieder runter. Wir? Ja. D... Du und... Wer genau? Der Frachter. Achso. Naja. Ich mach mal wieder Einstieg. Da. Ich bin zurück. Ähm. Wo ist denn meine Kiste? Ähm. Ich mach jetzt mal eben kurz 5 Minuten Pause. Und bin dann gleich wieder da. Ejo. Bis gleich. Bis gleich. So. Jetzt ist die wirklich die ganz große Frage. Wo ist meine Kiste? Da oben drauf. Da oben drauf. Ich glaub die ist irgendwo ganz weit da oben. Ja. Äh. Ja. Shorty. Haha. Nice. So. 44 und 33. Das ist ein Bitten Watt, aber noch nicht so viel. Hier. Krieg der in meine Kiste wieder? Nö. Okay. So. Was für ein Maistain holen wir denn? Feldforschung. Karte. Mem. Teilmontage ist lustig. Sprungfluss. Oh. Oh. Hier haben wir den Förderbandsplitter. Den lernen. Okay. Okay. So. Ab nach oben. Ab nach oben. Okay. Okay. So. Okay. So. Gucken wir mal hier hinten. Und zwar hier. Ja. Ehh. 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 Servus. Grüezi! Und hallo. Äh. Sorry. Das muss sein. Was geht? Und wie steht's? Und, äh, ja. Wir haben jetzt mit Satisfactory angefangen. Und ich guck mal, ob ich einen Satisfact... Factory... Kalk. Production Planer. Kalk. 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 Ja, der ist ein bisschen übergelaufen. Das ist ein bisschen fällig. Ja, das wahrscheinlich auch. Der konnte den Demand nicht standhalten. Aber wir machen jetzt mal eben was. Moment. Ich will mal eben, als erstes sollten wir die Produktion von, ach wo habe ich es denn hier? Von Creed. Gut. 35. 40. 40. 40. 40. 40. Okay. So. Oh, ich habe ja nichts mehr. Ja, wir bauen am Weltraster. Sauber. Also starte das bei dir auch langsam. Ähm. Zuschauer. Das ist schön. Wo hast du gestartet? Wenn ich fragen, der... Ah, okay. erstmal wieder in das Spiel reinkommen. So. Ja, haben wir ja hier auch gemacht, ne? Besser Gegenschnitt, würde ich sagen. Oh, jetzt fehlt mir auch noch Draht. Button-Kack. Ich wollte mal eben was nachgucken. Währenddessen kann der hier klöbbeln. Und zwar Diskussion. Bugs und Technik. Was ist denn hier bei Dedicated Server Neues rausgekommen? Mmm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm So Ich guck grad nebenbei in dem Stop Server Ja auf jeden Fall Mega skalieren Und dann erst aufbauen Kuffer ist bei mir sehr weit weg Ja Zuschauer wir haben zum Glück Ein wenig Glück Dass es relativ nah dran ist Und dann erst aufbauen Und dann erst aufbauen Und dann erst aufbauen Wir haben das Ah das ist kacke so dann laufen wir jetzt mal ein stück weiter und dann gucke ich mal weiter nach dem server also die erste skalierung die ich machen will ist definitiv die geschichte mit auf wie hast du es gleich noch beton so file manager nee mit steuerung kannst du aufs world grid zugreifen also steuerung einmalig gedrückt halten glaube ich und dann kannst du das kannst du darauf zugreifen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und so steht die noch. Hmm. Okay, hier steht leider nichts. Dann versuche ich nochmal so Pistonstangen, Schrauben und Beton und alles mit Koffer und Kabeln und so weiter. Der... Das muss auf jeden Fall als erstes rausgehauen werden. Und dann... Mal kicken. So, ich teste gerade nochmal, ob ich einen anderen Server zum Laufen kriege. Wieso werde ich ausgelacht? Mann, die lacht gar nicht. So, der Server lädt gerade runter. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. Okay, Steak. Okay, also. Wir haben keinen Strom mehr. Ähm, der... Neu konfigurierte Server macht auch nix. Okay. Okay. Repariere eine durchgebrannte Sicherung. Tuh tuh tuh. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Produktion, Konstruktion. Ah, ich hab keine Platten. Äh, ja, die funktionieren noch irgendwie nicht richtig. Da fehlen wohl irgendwelche Einstellungen oder so. Einige Leute kriegen's hin, aber es ist halt komisch. Aber das Gute ist halt, wir können jetzt hier auf dem Singleplayer-Game, also auf meinem PC spielen und sobald, ähm, das alles lauffähig ist, können wir hier einfach straight up die Save-File rüberpapieren. Okay. 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 Auf geht's. Okay. So, ich bin zu euch zurückgekehrt. Das ist tatsächlich so halbwegs lebend noch. Hallo. Hoi. Wollte Jackie dich umbringen? Nein, wir haben nur gequasselt. Ähm, wenn Jackie nach Hause kommt, erzählt sie kurz, was sie auf der Arbeit gemacht hat. Achso, weil du halbwegs lebend gesagt hast, deswegen. Achso, nee, nee, weil, keine Ahnung, das mit der Erkältung wird grad irgendwie immer beschissener. Ich hab richtig Kopfschmerzen. Was machst du denn? Oh, ich hab keine Ahnung, wirklich nicht. Aber zumindest, als ich eben draußen saß, war meine Nase komplett zu. Jetzt krieg ich zumindest wieder bisschen Luft durch die Nase. Also, wenn ich etwas nasal spreche, bin ich... Doch, eigentlich schon, aber das ist ein anderes Thema. Es liegt daran, dass meine Nase zu ist. Die gute alte Koksernase. Und das Lustige ist, du hast gar nicht gehört, dass ich gerade voll ins Mikrofon geschnieft hab. Das haben nur meine Zuschauer gehört. Hier hast du das hinten bei dem Kupfer gerade gemacht? Hä? Du hast bei dem Kupfer doch was angeschlossen, oder nicht? Ja. Ähm... Produziert der gerade nur Draht? Ne, der produziert nur Kupferblöcke. Achso, stimmt, du hast... Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Äh, einfach nur, damit's da ist. Äh, und... Buddy, herzlichen Dank. Ach, hat er dir gerade gesagt, wie du es ans Laufen kriegst? So ein Hals-Buddy? Äh, ne, bis jetzt noch nicht. Boah, ich hoffe inständig, dass es bis Donnerstag wieder weg ist. Also ich habe mir extra freigenommen und von morgens bis abends Satisfactory zu streamen. Nice. Ich hab leider keinen Urlaub. Hm, uncool. Also es wäre wahnsinnig cool, wenn du es bis dahin auf dem Server laufen kriegst, damit ich auch wirklich zocken konnte. Äh, Internet schon wieder weg bei mir, ich melde mich gleich zurück vom Rechner. Okay. Okay. Ich fang einfach mal an aufzufüllen, was wir für das nächste Ding brauchen. Okay. Äh... Ja. Meinst du jetzt von Money? Oder... What did you mean? Ich wusste... Ja, ich glaube, er meint das, was ich gerade gesagt habe. Naja... Alternativ kannst du auch einfach den ganzen Tag online... Du gehst morgen online und schickst mir den Server-Code, also diesen Code und ich komme dann einfach drauf und dein Rechner läuft den ganzen Tag, aber ich weiß nicht, ob du da so ein riesen Fan von bist. Ja, das wäre so, das würde ich im Notfall machen. Ja, so der letzte, wenn wirklich gar nichts anderes geht, dann kann das von mir aus gemacht werden. Ja, genau. Ja, genau. Sehr gut. Wir haben schon eine komplette Biomass-Production. Du warst richtig produktiv, während ich AFK war. Ja. Voll geil. Weil ich jetzt nichts sagen will, wenn ich die Stromverbindung... Warte, kann ich dir mal eben zeigen? So. Wenn ich das hier mache, passiert das. Oh, shoot. Ja. Ähm... Herr der Cocklin ist eine Sicherung durchgebrannt. Fixen Sie es bitte. Ja. Dafür hast du sogar ein Achievement bekommen. Oh. Voll gut. Oh, warte. Ich muss, ich muss mir die Achievement angucken. Ähm... Wow. Ich hätte schwören können, dass ich erst ein Achievement hatte, als ich die AFK gegangen bin und jetzt habe ich vier. Ne, wir haben zwei schon am Anfang bekommen. Ah, okay. Baue 5000 Fundamente, baue 5 Kilometer an Förderband. Größer, besser, Fizzit. Fizzit? Wie heißt das jetzt? Wird das auch gesprochen? Fizzit. Ah, Fizzit. Okay, gut. Ah... Bauer eine Manufaktur, bauer den Weltraumlift, schließe alle MEM-Forschungsbäume ab. Hm. Ja, das werden wir irgendwann alles hinbekommen. Na klar. Gut Ding will Weile haben. Ähm, hast du die MEM schon gebaut oder... Ach ne, Moment, die MEM schalten wir jetzt erst frei. Die hast du eben gerade erst freigeschaltet. Hier habe ich... Oh, ich habe das Knöpfchen schon gedreht. Oh, bitte, mein Kopf ist schon... Sonst wo? Besteht nur noch aus Brei. Ja. Ach stimmt, ich kann mir das ja anheften irgendwie, ne? Mhm. Ich versuche mal eben wieder Energie herzustellen. Mhm. Du... Aber ich werde jetzt auch nur noch so bis... Vielleicht neun, Viertel nach neun machen. Mhm. Aber ich glaube länger macht mein Kopf das gerade nicht mehr mit. Ja, das ist schade. Ah, ich würde dann... Ich würde dann am Donnerstag voll reinhauen. Hat sich familiär irgendwas geändert, dass du an Reichen denkst, Mann? Was? Ist er verwirrt? Ich meine, das steht vollkommen außer Frage, weil das ist ja definitiv, aber... Ne, ich glaube... Wie verwirrt ist der? Ich glaube, er meint dein Gehirn damit, dass es Brei ist. Ach so. Ja. Ja. Sorry, der war schon wieder zu hoch. Oder so flach, dass er nicht mehr wahrgenommen werden konnte. Ich glaube, das musst du dir jetzt selbst ausdenken. Also das Gute hier in der... In deiner komischen Region, die du gesucht hast... Hier ist ja alles voll mit Blumen. Yep. Mammforschen... Oh, neue Teile. Was? The fluffy-tailed hog. Hallo. Ich will auch. Ich sage dich. Ich sage dich. Ich sage dich. Nun. Uh-huh. Ich denke dir. Ich denke dir. Stinger remains can now be made into alien protein and additional research may reveal options for improving pioneer safety during exploration research completed alien protein can now be turned into biomass or alien DNA capsules in addition to being used for research the invaluable alien life-form data in these capsules can be traded for fix it coupons at the awesome sink we guarantee the best capsule to coupon exchange rate anywhere on this planet du weißt dass das heißt dass wir irgendwann auf Jagd gehen müssen ja wieso nur so okay hmm Was? Das war schon irgendwas von unhöflich. Ja, weil wir sie nicht aussprechen lassen haben. Oh, 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 shoot. Hey, voll gut, aber. Ja. So, das hab ich ja markiert. Ich schmeiß mal eben Zeug in Kisten. Und dann mach ich mich nochmal kurz auf die Suche, weil ich hab irgendwie verkackt. Ich hab jetzt sechs Inventarplätze falsch haltet für uns. Okay. So. So, gibt es was Neues zu der... ...zu Status Factory? Oh, Mr. Peanut hat ein Achievement bekommen. Hm. Ich? So. 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 So... So. So. Wir können übrigens weitere Biomasse-Generatoren bauen. Weitere? Hast du schon welche gebaut? Oh, das war das Ding, was du da hinten gemacht hast, oder? Stehen hier schon welche? Ja, ja. Guck mal. Hier, mach mal einen Rechtsklick auf den hier. Äh, ich mein E. Die graue Linie ist das, was wir herstellen. Oh. Maximal herstellen können. Ja, okay. Okay, okay, okay. Ja. I don't have said anything in the note that was horribly wrong. So, ich lade jetzt meinen ganzen Müll da ab, ich gehe auf Erkundungstour. Ähm. Mhm. So, wo haben wir denn hier Schnecksche? Schnecksche. Hast du schon eine Schnecke gefunden? Ja, drei Stück. Ach so. Auch direkt hier die oben schon, oder hast du, äh... Ja, ich hab... ...welche da reingeschmissen. Okay, ja, nur, dass ich, ähm... ...dass ich mir abhaken kann, welche Schnecken wir quasi schon gefunden haben. Du kannst alle mitnehmen. Du kannst alle mitnehmen. Nein, damit ich... Die respawnen ja nicht, dass ich weiß, wo wir schon waren. Ach so. Obwohl, das geht, glaube ich, glaube ich nicht. Ich glaube, das wird zu viel Aufwand. Nee, Aufwand wäre das nicht. Das geht tatsächlich in dieser interaktiven Map, die ich aufhabe, aber... Ähm... Dafür muss ich ein Safe importieren, glaube ich, damit ich das machen kann. Ah. Okay. Weil dann wird... ...sogar in dieser interaktiven Map angezeigt, was wir schon gebaut haben. Mhm. Ich guck mal, ob ich gerade noch ein paar Aliens finde, die eine Box auf die Nase haben möchten. Oh, Moment. Ich hab noch was gefunden. Oh. Oh. Oh ja, ich hab ne Höhle gefunden. Willst du mitkommen? El Momento. Äh, ich würd erst mal meine Sachen eben entleeren. Äh, wo bist du denn da? Oh, du bist nicht abgestürzt, ne? Mhm. Hallo, Spaddy. Hallo, Spaddy. Ich bin am Suchten. I see, I see. Ich kann verstehen das. Ich auch. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Oh, oh, danke schön. Äh. Das ist ja was für ein Spiel hinzu, wo es ist. Hey. Okay, bei mir sind die komplett anders gebeindet, die Ports. Deswegen, äh, ist das nochmal was anderes. Gute Nacht, Lala. Schlaf gut. Nee. Ja, ich muss mir das mal in Ruhe angucken, sonst, ähm, wird man hier, glaub ich, bescheuert dabei. Du bist schon bescheuert. Nein, du musst hier hoch. Ah. Siehste, sag ich ja. He, 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 he. Also, ich denk mal, dass die Leute von... Äh, G-Portal... Oh Gott. Oh, nee. Oh, nee. Äh, dass die Leute von G-Portal den Fix im Hintergrund schon haben. Wie mach ich's Licht an? Mit B. B. Aber, äh, ich den Fix noch nirgendwo gefunden hab. Spinne. Oh. Die Viecher sind aber auch ekelhaft schnell. Ja. Pfui. Pfui, Deivel. Obwohl, ich kann nochmal eben kurz was gucken. Moment. Ich glaub, mir ist da was eingefallen. Unkönnete Chemikal-Elemente erzeugt. Dieses nonmetallische und multivalente Elemente seems to be present only in a solid state and exhibits a most pungent smell. In his fortunate Fix-It-Helmets are of such high quality. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Ich hab ein Achievement bekommen. Pfui? Äh, da war so ne, so ne Kugel, die mit einem Sprüchel ist, ich aufhoch. Oh. Oh. Hm. Boah, da muss ich ausgerechnet. Research it in the MAM to establish locally appropriate classification and application. Kannst du mir diese talkende Sphäre mal zuschmeißen? Äh, ja. Ich hab sie auf den Boden geschmissen. Du müsstest sie sehen können. Ich bin allerdings schon aus der Höhle rausgerannt. Ja, ja. Ich lauf gerade. Ich bin unten auf diesem Sandweg. Aber die sehen richtig cool aus. Vor allem, dass sie die Umgebung so ein bisschen verzerrt um sich herum. Oh, ja. Nee, zählt nur, wenn du das erste Mal die wahrscheinlich aufhebst. Okay, dann, äh, müssen wir die noch ne andere suchen. Jo. Aber, mittlerweile haben die ja zumindest einen Verwendungszweck. Ja, vorher waren das ja die Samsphären. Genau, Samsphären ist oder so. Oh. So. Oh, tausend Kabel. Oh Gott. Ich werde dann für den restlichen Stream nur noch Kabel herstellen. Äh, kannst du nicht die Fabrik bauen? Das wäre unfassbar sinnvoll. Mhm. Mhm. Hm. Sehe ich aus, als würde ich unfassbar sinnvoll arbeiten. Weiß ich nicht. Vielleicht fördert das deinen Gesundheitszustand. Hahaha. Hahaha. Ja, genau. So. So, ich brauche mehr Schrauben. Und auf jeden Fall vier verstärkte Platten. Mhm. Schnee. Oh, danke schön. Und was hast du bekommen für Erpressungsgegenstände? Wenn ich dir das jetzt sage, denkst du, wie ich mich vorgekommen bin. Das denkst du so wie du auch schon. Ich habe zwei Aufpackprojekte Ohne alles. Ob du jetzt weird bist oder nicht, entscheidet folgende Frage. Hm. Bei Halsschmerzen soll man ja zwischendurch auch mal ein bisschen kühle Sachen zu sich nehmen. Ich hoffe, die waren vorher Ich habe keine Halsschmerzen. Oder Schnupf. Egal. Ähm, die Brötchen waren aber vorher im Backofen, oder? Ja, natürlich waren die vorher im Backofen. Gut. Hehe. Was denkst du, was ich für ein Untermensch bin? Also ich bin komisch, aber nicht so komisch. Ja. Nee, einfach roh. Hehe. Ja, so ein tiefgefrorener Lolli. Oh. Entschuldigung. Ich war mit Laufen beschäftigt und hatte keine Hand mehr frei den Mute-Knopf zu drücken. Ja, alles gut. Toll. Toll. Ich war mit Laufen. Okay So Und was ist denn so dein Ziel in Satisfactory? Ähm Auf jeden Fall alles abschließen, was man abschließen kann Okay Irgendwas so Richtung Weiteren Zielen Ich sag jetzt mal Du willst unbedingt Das haben ja einige gemacht 120 Computer herstellen oder sowas Nein Oder Supercomputer Ich denke, wenn wir uns das als Ziel setzen, haben wir das Ziel schneller erreicht Als Als Die anderen Weil das sind ja quasi alles Unterziele Und wenn wir ein großes Oberziel haben, dann Umfasst das für mich immer so die ganzen kleinen Unterziele Ah, okay Ich mag Züge Ja, ähm Ich glaub, bis wir 120 Supercomputer pro Minute herstellen Ach so, du hast gesagt 120 Supercomputer, da von Minute war nie die Rede Ah ne, 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 die Minute Ja Ja, 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 oh ja, lass uns so ziele festsetzen So untragbare Ja Ne, also ich würde einfach erst mal gucken, ne Ja, auf jeden Fall 120 Züge Spaddy Okay Miau So Unsere Draht- und Kabelproduktion läuft gerade an Ja Ich glaub Peanut wird einfach Alles dran tun, um eine riesengroße Bohne aus Äh Hier aus Bauteilen herzustellen Oh, ich mach was weg, der Monk rebelliert Was denn? Aber guck mal Er steht genau auf dem Ding hier Oh Gott Und die Items kommen nicht dran Und hier hast du Ach dann Okay, no nix Aber, aber, aber Das Band Boah, ich hab die ganze Zeit meine Haare in der Bette, Mann Ja, stimmt eigentlich schon Na, ihr habt recht Hey Hä? Der Gegner ist einfach wieder aufgestanden Oh, richtig Anzeige ist raus No Gegen wen? Mich Achso Und welche Straftat haben sie begonnen? Das muss ich nach der Kabelführung noch sagen Okay Ah, nicht, willst du mich verarschen? Das geht nicht mit dir, wenn ich die beiden nebeneinander stellen will Nicht? Nee Geht nicht Hm Tja Da will ich irgendwer mobben Ach, ich kann mir gar nicht denken, wer Ja Alle anwesenden Streamer inklusive Zuschauer Doch, die Mitte von der Plattform nehmen, aber dann kriege ich nicht beide nebeneinander Ich weiß schon, das Wichtigste für dich, was wir aus der Awesome Sync rauskriegen Oder meinst du, dass der Schlitz in der Mitte der Plattform ist? Oh, nee, das meinst du Ah, ich verstehe Dann geht das hier nicht mehr so schön Ich bin sofort wegen dem, was aus der Awesome Sync da Bin sofort bei dir Hä? Passt nicht Hä? Passt nicht genau Achso Da passt es doch Ne, das passt nicht genau Das geht gar nicht Ich muss sie mit so einem kleinen Ja, dann ist halt ein Abstands-Böschchen So würde es gehen Aber dann kann ich sie halt auch einfach mittig vom, äh, von der Plattform platzieren Ja, würde ich auch sagen Damaged hard drive successfully acquired All pioneers are contractually obliged to preserve and secure any recovered hard drives for analysis in the MAM, which may result in benefits to the fix it mission Spekulation as to why there are crashed freighters in your fix it designated zone is discouraged as specified in your contract Weiß ich nicht, ob es das jetzt besser macht Ähm Am Hahaha Ich habe einen E.D. Was für eine Idee hast du denn? Ich baue den Scheiß jetzt von hinten auf. Eins, zwei. Oh, wow, Gott sei Dank. Oh. Weh, der Scheiß passt hinterher nicht. Was warst du denn da? Nichts. Gar nichts. Okay, okay, okay. Ops. Ich muss ja sagen, der Typ ist ja mal hart am Nerven. Was? Welcher Typ? Das Viech, was bei uns in der Tür steckt. Ach so. Ja, dann töte es doch. Ich komm nicht ran. Höchst tragisch. Ja. Ich find schon. Hm. Ja. 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 Hier passieren Dinge. Was für Dinge... Was passieren denn? Schöner. Ich dachte... So, besser! So, besser! Ich dachte, meiner wäre schlimm. Vor allem, weil wir eigentlich gesagt haben, das muss jetzt am Anfang nicht schön werden, das muss erstmal nur funktionieren, schön kommt später. Und dann werde ich direkt dazu genötigt, alles springend gerade zu bauen. Klar. Muckelchen, das sind meine Brötchen. Nein, du kannst nichts davon abhaben. Gibt keinen Spaß, das muss alles ordentlich sein. Hinterher in der endgültigen Factory bin ich ja voll bei dir, aber jetzt gerade brauchen wir einfach erstmal nur Ressourcen. So. 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 Installieren dort alles hoch. Oh boy. Oh Gott, das hatte ich auch gesehen, dass das ein Update erhalten hat. Als ob das hier wieder angefasst wird, wenn es einmal steht, doch tatsächlich schon. Ich bin ein sehr großer Fan davon, alles nochmal komplett abzureißen und neu zu bauen. Da habe ich tatsächlich gar kein Problem mit. Das finde ich gut. Mhm. Da habe ich auch... Alles, was ich am Anfang gebaut hatte, war bei mir nachher wieder weg, weil ich alles wieder abgerissen habe. Ach, diese scheiß Haarfußel in Sekunde. Ach, diese scheiß Haarfußel in Sekunde. Ach. So. Me too. Da kam auch wieder vieles neu. Ja, habe ich auch gelesen. Und ich glaube, ich habe auch mal ein Death-Video von denen noch geguckt. Oh nein. Wovon habe ich denn jetzt Schaden gekriegt? Du blöd, Mann. Echt, ey. Weißt du, ist ja nicht so, als wäre ich nicht gerade schon gestorben und habe fast kein Leben mehr. Oh. Oh. Was machst du denn? Ja, ich wollte vielleicht versuchen, irgendwo hochzuhüpfen, damit ich das Vieh töten kann, aber die Plattform hier hatte andere Pläne für mich und ich bin stecken geblieben. Das ist schlecht. Ja, du kannst dir das ungefähr so vorstellen, als wenn du Luft durch so ein Rohr saugst und dann irgendwas Dickes ankommt und du es machst und alles ist verstopft. Beim zweiten Nachdenken hätte ich es vielleicht nicht aussprechen sollen. Ja, ja. Was? Auch nix. Du suchst weiter Foren, wie du den Server ans Laufen kriegst. Hm, man kriegt hier aber nix. Natürlich nicht. Die, die eine Lösung haben, behalten es für sich. Na. Einmal Spaß. Wie geht es? Wie geht es? Wie ist das? Pfff. Joah. So. Ich glaub das sollte für 100 Schrauben vielleicht ausreichen. Ja. Ich hol mal Beton. Mhm. Jo. Und ich hab da grad schon ein Stack rausgenommen. Ja ich hab grad nochmal 500 rausgenommen. Mhm. Nee du Schrauben herstellen ist ja wahnsinnig spannend hier. Mhm. Mhm. Da kann viel passieren sag ich dir. Mhm. Doch doch stimmt. Kann zumindest in Ruhe mein Brötchen essen. Das ist übrigens mein ganzes Abendessen für heute. Wieso so viel? Weil ich keinen Hunger hab. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. So ist Eisendraht das Rezept besser oder Inventarplätze. Hm. Warte. Warte. Wir brauchen aktuell. Wir brauchen aktuell. Ein Kupferwaren für zwei Konträte. Ja. Das ist halt die Frage. Ja. Ist halt die Frage. Weil dann fällt die Notwendigkeit von Kupfer halt komplett weg. Hm. Ich glaube, da sollten wir erst mal warten und gucken. Wir können diese verdichtete Biomasse herstellen jetzt, ne? Uh, nice. Mhm. Okay. 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 Hm, hm hm hm. Ups, was für'n... Oh, du hast Fest-Bioprintstoff. Was hast du jetzt angeschmissen, die Awesome-Sync? Mhm. Damit wir uns da bald Zeugs kaufen können. Oh ja. Das ist mega. Jep. Weil... Oh. Oh. Deswegen, wenn sich in meiner Kamera auf dieser Seite irgendwie wilde Farbwechsel bewegen, dann liegt es daran, dass ich von meiner Grafikkarte angestrahlt werde und die gerade Dinge tut, die sie nicht grünen sollte. Ich kann mal gucken, ob ich die Kamera so weit gedreht bekomme, dass man das sieht. Ja. Bestimmt, wenn meine Hand davor ist. Dann geht's am besten. Wow. Genau, wenn ich die Kamera dahin zeige, bleibt dieses Licht stehen. Hä? Willst du mich verarschen? Ich mach das Ding extra. Nein, so stand die Kamera vorher nicht. Kartenhersteller? Ähm... Weiß ich nicht. Steht unten in der Beschreibung. Aber jetzt leuchtet sie zumindest ansatzweise wieder in der Farbe, wo sie leuchten sollte. Habe ich gerade gesagt, wo sie leuchtet, leck mich am Arsch, ey. Ich hab zu viel mit Farbi zu tun. Der macht meinen Sprachgebrauch kaputt. So, nächster Milestone reached. Milestone reached. You have been given access to the anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program, also known as awesome. Your awesome input allows Fixit to comprehend our amazing universe more clearly. In appreciation of this, we have generously set up an internal, closed economy with exclusive rewards and currency. Directing parts of varying quantity and complexity into the awesome resource sink will grant Fixit coupons. These coupons can be redeemed in the awesome shop for highly desirable items such as new foundations, walls, factory attachments, cosmetics, parts and more. Next time you have additional resources just remember to go that extra kilometer, go awesome. ? ? ? ? ? ? ? so jetzt war noch 15 verstärkte eisenplatten ich mache jetzt als erstes den schredder und dann dieses awesome den aus dem shop dann können wir ja schon mal gucken was also drin ist vielleicht gibt es auch neue sachen die es vorher noch nicht gab ich höre dich nicht ich sagte oh ja da bin ich gespannt drauf ja ich auch zu 100 prozent ich brauche ein bisschen beton bisschen gabel und dann kann ich schon bauen du bist gerade beim beton ne kannst du mir vielleicht welchen bringen ja kann ich machen das wäre voll fantastisch so research completed silica recipe unlocked new quartz das unknown chemical element was in reality in an usual mixture of solid und somit hast du die lila eine kugel noch im inventar solfers primary use lies in realisers which we have to use for them instead this element in able to access to more volatile obstacle clearing and pioneer defending tools ja weil es gibt einen komplett neuen forschungszweig der vorher nicht da war oh ja und das wollte ich dir zeigen bevor ich auf forschen klicke ja das wäre awesome oh wow everything is awesome oh ich dachte jetzt everything is shuffling du 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 ganzen Forschungszweig gab es vorher noch nicht. Oh. Da ist nämlich auch das Sam or... Sam und Sommerslope. Genau. Oh, jetzt... Haben wir jetzt was freigeschaltet? Ja. Ja, wir können die jetzt scannen, stimmt. Hochlader für dimensionales Depo... Was? Äh, das ist ja übelgeil. Oh. Oh. Hast du das gehört? Oh ja. Okay, das müssen wir weiter forschen. Das war ja voll cool. Also, Hochladen für das dimensionale Depot. Der Hochlader für das dimensionale Depot wird verwendet, um Ressourcen in ein eindimensionales Lagerdepot hochzuladen. Von hier aus können Ressourcen mit dem Bauwerkzeug und Fertigungsstation verwendet werden, als wären sie im Pionier-Inventar. Oh, weißt du, was das für Möglichkeiten ermöglicht? Ähm. Das bedeutet, du brauchst nicht andauernd irgendwo hin und her laufen, sondern kannst alle Ressourcen da reinjagen und die ganze Zeit bauen, wie du lustig bist. Ja. Genau das heißt es. Das ist ja voll gut. Das gab's vorher noch nicht. Nee. Und das finde ich auch eine richtig, richtig geile Idee für die 1.0a-Version. Das ist voll gut. Ich meine, ja, du hast hinterher genug Inventarplätze, aber es ist halt trotzdem nervig, wenn du alles immer dabei haben musst. Äh, ja. Vor allem, wenn du gerade unterwegs bist und nicht schnell mal irgendwo hochbauen musst und das nur geht, wenn du die Sachen halt dabei hast und die dann immer, wenn du erkunden gehst, dann ist dein Inventar sowieso immer viel zu voll. Das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist ein cooles Feature. Das einzige, wo ich mir unsicher bin, ist, äh, kannst du da überhaupt noch, ach doch, du kannst mit SmartSplittern arbeiten, äh, du kannst super mit SmartSplittern arbeiten, weil du kannst zum Beispiel... Haben die Biomasse-Generatoren denn bitte einen Eingang, dass man das da reinfahren kann direkt? Äh, seit Version 0.2? Nein. Doch. Nein. Bei den Biomasse-Dingern ging das bis vor der 1.0 nicht. Doch. Das... Nein, das ging nicht. Sicher? Ja, zu 100% sicher, das ging nicht. Och. Das haben die erst seit der 1.0, das ging vorher nicht. Hm. Deswegen hab ich die Biomasse-Generatoren auch eben nicht... Nein, das ging nicht schon immer. Ich bin mir fast sicher, dass... Moment. Ich hab die immer per Hand nachlegen müssen. Erst seit der 1.0, ne? Genau. Das ging noch nicht immer. Ich hab das nämlich immer per Hand nachlegen müssen. Okay. Ich wollt schon sagen, ich bin doch nicht blöd. Hm. Moment, die sehen auch anders aus. Ja, genau, deswegen hab ich die eben nicht... Äh, deswegen hab ich die eben nicht gefunden. Als ich gefragt hab, äh, als ich gesagt hab, dass wir ja jetzt auch Biomasse-Generatoren bauen können. Ich hab die einfach nicht gefunden, weil ich nicht wusste, dass die jetzt so aussehen. Okay. Das ist ja voll gut. Weil, äh, wie gesagt, vor der 1.0 musstest du das alles immer per Hand nachlegen. Ähm, hattest du mir jetzt Beton mitgebracht? Ja. Aber ich brauch das eben noch kurz. Alles gut. Wir hatten sonst den Hexer. Ja, genau. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Hexer auch auf der anderen Seite, aber... Ach doch, der ist auf der anderen Seite. Äh, ja. Ja, genau, aber den Eingang hatten die definitiv nicht. Okay. Au. Nur modded hat, äh, hatte den Eingang. Okay, ich hab nie gemodded gespielt, deswegen hab ich's wahrscheinlich nicht gesehen. Ich bin eigentlich der Meinung, ich hab auch nie gemodded gespielt. Haha. Aber du könntest, ähm, ich weiß nicht, wie viel ich von den, ähm, Dingsens noch brauche. Ich bin schon zum Dingsens gegangen und hab mir selber welche geholt. Genau, ich hab nämlich da hinten, äh, Kiste hingestellt. Jo. Voll perfekt. Jo. Was ist das? Ach stimmt, die konnte man ja gar nicht per Hand da reinlegen. Man musste die zwingend mit einer Kiste verbinden. Was? Ja. Von was sprichst du? Äh, von dem Schweller. Ah, ja. Hab ich nämlich gar nicht mehr dran gedacht, dass ich da ja eine Kiste dran bauen muss, damit ich überhaupt... Äh... ...da was rein bekomme. Ja. 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 So, das noch da dran und jetzt brauche ich noch ein bisschen Zeug für den Shop und dann... ...mein Gott, jetzt habe ich gleich noch alle Tasten durch. Okay, Schrauben und Kabel, das sollte ich wohl irgendwie nicht bekommen. Ja. 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 jetzt muss ich mich morgen irgendwie erholen dass ich donnerstag halt richtig fit bin damit ich halt auch wirklich den ganzen tag durchziehen kann ja ich habe ich gleich erstmal nie wanne und hofft dass es dann durch eine erkältung ich drücke auf jeden fall die daumen ja danke hier kommt jetzt noch der awesome shopping wollen wir gemeinsam einschauen ja warte eben ich will das hier noch eben fertig bauen ganz in ruhe das hier ist zwar voll komisch aber okay ach du bist gerade noch dabei den den festen bio treibstoff zu machen ja genau aber ich will die gefahr ist halt groß dass hier wie heißt das dass der puffer nicht ausreicht oder dass wir zu viel puffer haben und die gleichzeitig ausfallen und dann nicht genügend bio kraftstoff nachläuft mhm eheh warte weiß ich nicht vor allem weil ich hier halt wirklich alles voll steht mit räumen so ich gebe es signale ja ich komme ich habe eben noch bio treibstoff oder zeug für bio treibstoff eingefüllt okay eins zwei drei ich bin in fiss also fabrikwagen kennen wir schon die kassetten kenne ich noch nicht ich hatte sie mir noch nicht geholt weil mir die kurs zu teuer waren aber die gab es vorher schon also die cupen ich habe nicht eingesehen die cupen dafür auszugeben okay dunkelmodus ja die statuen kenne ich ja okay dann verwaltung ja kenne ich walmots ja da kann ich auch alles organisation ja 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 das sieht relativ gleich aus kostet wie zack oder auch nicht so glaube ich nicht mit unlackierte ausführung kupferausführung um aus dem gab es glaube ich nicht herium geil beschichteter beton okay okay die aufkleber kenne ich die wandmaterialien und die schrägen kenne ich auch aber die ausführung kannte ich nicht fundament oh gab es vorher schon treppen ja nein ich wollte gerade sagen treppen kam mir irgendwie neu vor nee die gab es vorher glaube ich noch nicht also mir kommen sie nicht bekannt vor okay gut wände ja die kenne ich ja die gab es vorher schon alle architektur ja ja kenne ich alle bei den bauzäunen bin ich mir nicht sicher ob ich die schon vorher dich gerade aber ich kann die einfach übersehen haben bauzäune wären mir äh wäre ich auch gerade bei unbekannt und metallbarrieren bin ich mir auch nicht also die straßensperre gab es ähm aber bei den äh metallbarrieren bin ich mir auch nicht sicher mhm nein neu okay okay gut dann habe ich mein gelächnis doch nicht ganz verlassen sauber und ausrüstung ja die tasse ja auch ich unbedingt ich auch ja und bei teile kannst du einfach sachen kaufen ja okay ja 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 wir haben schon sieben coupons ich hab bisschen was reingeworfen ah so aber ich werde mich jetzt verabschieden und ich werde an dich weiterleiten weil ich werde jetzt definitiv ausmachen in die wanne hüpfen und dann gleich schlafen gehen weil ich brauche schlecht ich muss das wieder wegkriegen das muss irgendwie meinen körper verlassen bis donnerstag okay so ich leite dann an dich weiter mhm ähm ja ansonsten wünsche ich euch noch viel spaß beim zugucken und dann sehen wir uns hoffentlich donnerstag im gesunden zustand wieder ansonsten werde ich wahrscheinlich zwischendurch ein bisschen pause machen müssen um meiner stimme oder meinem hals ein bisschen ruhe zu können ja ach so genau ähm danke fürs zuschauen und dann bis donnerstag bis dann bye 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 und gute besserung dir dankeschön oh god das hört sich an wie eine toiletten mit spülung andauernd ey willkommen oh bist du noch im stream drinne also nicht bei dir sondern im mime ja äh ich hab was vorbereitet schon ich weiß nicht ob du das schon gesehen hast meine zwei neuen alerts ne ich glaube nicht dass ich das gesehen hatte einmal follower event oh das funktioniert ja super wie sie sehen sehen sie nix hä ich hab stream elements kaputt gemacht oh oh ich glaube ich muss ähm am donnerstag noch einmal ein portable miner einfach platzieren ich glaube das achievement habe ich noch nicht oh weil ich die nicht platziert habe das ist ja aber easy going ne ja ja das sollte ich denke ich hinkriegen deswegen äh warte mal eben ich kann es auch so abspielen so ich brauch den ton dann wahrscheinlich ne ja ja moment äh dass sie einen wie dich hier rein gelassen haben ist schon ewig nicht mehr vorgekommen das ist subscriber ein ungläubiger im hort des meisters verdammnis über dich verdammt sein wirst du stinkender moderteppich ja und das ist follower bisschen bescheuert jeje voll geil aber es passt jo so dann verabschiede ich mich jetzt auch hier ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und dann äh bis Donnerstagabend jo bis Donnerstag tschau 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 so jetzt sind wir alleine muhaa äh äh dann gehen wir mal Mannis teure verdienten Punkte aus ah wow jetzt aber off Official fix-it coffee cup unlocked do not purchase unauthorized fix-it coffee cups they have been known to explode and attract wasps unauthorized fix-it coffee cups lower your attractiveness to your preferred gender and or your sense of well-being if you have no gender attraction or preference official fix-it products can be licensed for your use from official awesome shop installations only Come to the best shop on the planet for the best deals on all official fix-it supplies, guaranteed. Hehe. Nice. So. Ähm. Was machen wir denn jetzt hier am geschicktesten? So. So. My A-Bands. Fear Constructor. Iron Wards. Okay. Ich guck mal eben, was Draht braucht, weil das brauchen wir auch mega viel. Okay. Und wie sieht das mit Cable aus? Hier haben wir Cable, Machines, so eine Kabelmaschine. Drei, zwei Constructor. So und wenn wir hier, dann sind wir bei 64. Okay. Okay. Zwei Smelter, vier Smelter für ein. What the fuck? Okay. Hmm. Hmm. Okay. 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 Oh Gott. Okay. Also. Okay. 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 Und wieder. Okay. 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 Äh, Organisations... Oh dear... Okay, sonst machen wir erstmal vielleicht das hier. So... Äh, Vöhrlebandschlitter. So, Schmelze. Äh, ich will jetzt hier, äh, wie viel waren das? Schmelzen. Zwei ist 0,5, also vier schmelzen. So, wie viel passen denn auf ein Förderband? Sechzig Ressourcen bekommen. Das kommt jetzt erst? Alter, ist das verspätet. Okay, komisch. So. 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 Okay. Das war's. So, Förderbahnfusionator. Oh. So. 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 Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und einen angenehmen Schlaf. Und dann ist die Tage auf jeden Fall. Ja, danke, danke Zuschauer und wie gesagt, gute Nacht dir und schlaf gut und bis morgen. Ja, danke, danke. Ja, danke. Okay. Constructors. 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 Okay. Okay. Logistik. Splitter. Okay. 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 So. So. Okay. Wie kann man das am geschicktesten machen? So. Was kommt daraus? 45, 60 können wir transportieren. Also machen wir Förderbandfusionator. Und hier kommt ein Förderbandsplitter hin. So. So. Organisation. Container. So. 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 Und hier machen wir Kabel. Kabel waren zum Glück. So. 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 how are you? Logistik, Förderband, Splitter. Und kann ich hier in der Mitte einen... Okay, Moment. Dann machen wir das Förderbandfusionierer, Förderbandsplitter. Oh, ich hab keine... Okay, wir holen mal eben Metallplatten. Oh. Gott. Ja. Ich will das zumindest, dass wir den Kabel noch völlig kriegen. Tja, den hier noch. So. Oh. 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 Das war's. Okay, Kabel. Wie viel kommen da raus? Okay, das sollte eigentlich passen. Okay. 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 Also. Okay. 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 Dann geht's hier noch einmal weiter. Okay. 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 So. Oh. Gästeig. Förderband-Splitter. Nee. Äh. Förderband. Den Fusion-Nator hierhin. Äh. Äh. Förderband-Splitter. Förderband-Splitter. Ah. Ah. Okay. Also. Okay. Wir machen das nochmal eben ganz neu. So. Wie machen wir das am geschicktesten? Ah. 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 Okay. Nochmal. Ah. 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 Sollten wir das eigentlich geschafft haben. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Ups. Oh verdammt, ist das schon spät. Ah, ich habe keinen Beton. Okay. Ah, ich muss ja sagen, die Power Consumption ist ein bisschen hoch geworden. Ah, ich muss ja sagen, die Power Consumption ist ein bisschen hoch geworden. Ah, ich muss ja sagen, die Power Consumption ist ein bisschen hoch geworden. Ah, ich muss ja sagen, die Power Consumption ist ein bisschen hoch geworden. Wie sieht es hier? Oh Gott. Das wird ja noch ewig und drei Tage reichen. Okay, dann versuchen wir mal die Awesome Sync anzuschmeißen. Und irgendwann dann die Smart Splitter, die werden super. Okay. 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 Soll ich jetzt mal den neuen neuen der Birksen äh, Bierkekse. Ich, ich wollte eigentlich Feierabend machen, ich muss ins Bett. Das ist viel zu spät geworden. Ja, aber wir spielen jetzt mit Magnie zusammen und Satisfactory. Haben schon ein bisschen was geschafft und dann ähh, wollen wir ähm, oder ich versuch dann die Tage nochmal, dass der Server zum Laufen, dass ich den zum Laufen kriege. Und dann wird das hoffentlich alles ein bisschen besser laufen. Aber da bin ich jetzt noch mal angucken noch. Ähm. Wichtige Erneuerung. Ähm. Wo war's? Ich hatte es doch eben gerade gesehen. Ne, Fundamente. Es gibt Treppenstufen. Als Placeholder. Und beim Customisen das hier finde ich nice. Und was noch wichtig ist, ähm. Hatte ich noch irgendwas gesehen, was ich nicht kannte, also was nicht official unbekannt war? Ähm. Ah, hier bei den Wänden. Ne, nicht Wänden, Fundamenten. Ne, Architektur. Äh, wir waren uns unsicher, ob die Bauzäune neu dazugekommen sind. Und diese Barrieren. Aber sonst der Rest ist glaube ich gleich geblieben. Und holy shit, das wird awesome. Ähm. Das findest du aber eher im MAM. Alien-Technologie. Wir haben nur eine Sache freigeschaltet. Und zwar, wir haben eine Merkersphäre gefunden. und die hat folgende Forschung freigeschaltet. Ein dimensionales Depot. Hochlader für das dimensionale Depot. Der Hochlader für das dimensionale Depot wird verwendet, um Ressourcen in einer dimensionalen Lagerdepot hochzuladen. Von hier aus können Ressourcen mit dem Bauwerkzeug und der Fertigungsstation verwendet werden. Als wäre sie im Pioneers Inventar. Ja, ich weiß, dass ich seit vier Stunden spiele. Das das ist so Boah. Also das bedeutet auf Deutsch du kannst die Rohressourcen in das Lagerdepot einfach dauerhaft reinpumpen lassen. Und ähm machst hier da kleine Fabriken oder sowas für fertig, die nicht an deiner Hauptfabrik sind. Oder machst du das mit Smart Splittern und du brauchst dir keinen Kopf mehr machen, dass du nicht genügend Materialien dabei hast, weil der ganze Kram im Lagerdepot oben ist. Die Frage ist natürlich, muss man Speicherzellen dafür herstellen? Können die so hochgeladen werden? Fragen über Fragen, wir sind alle überfordert. Das wird ich glaub das wird awesome und natürlich weiß man nicht was Phase 4 mit Stufe 9, was damit dazu kommt und ob hier was durchgeswitcht ist, weil die haben ja hier das komplette Ding angepasst. Also da bin ich gespannt. wie ein Flitschebogen auf jeden Fall. Also ich bin sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt. also ja, das war so das, was uns aktiv aufgefallen ist, aber der Rest auch hier einige Sachen kann ich gerade aktuell überhaupt nicht sagen. Aber ich bin auf den Pfad hier auch noch gespannt. Eigentlich müsste man jetzt auf die Suche nach Summerslope gehen und nach Sam. Ja. Und was ich nicht weiß, ist folgendes. Konnte man vorher schon auswählen, ob man eher ein Rezept will oder eher einen Inventar Platz. Das könnte vielleicht auch neu sein, das weiß ich nicht. Ja, und das ist für mich neu. Ah, konnte man schon vorher. Okay, gut. Ah. ich habe keine Ahnung und was ich, ich weiß nicht, ob es auch neu ist, aber du kannst deinen Charakter jetzt anpassen. Das weiß ich schon nicht, ob das neu ist. Und die hier finde ich ein bisschen verstörend. Ah, und ganz neu in die Toilette kannst du Sachen reinschmeißen. Do not flush. Kannst trotzdem spülen. und erzeugst eine Verstopfung. Ich weiß nicht. Ah, es gibt dreimal Inventar erweitern. Nice. Ähm. Ob man irgendwo was findet. Was Tag eins seit dem letzten Vorfall. Gab's das vorher? Das ist für mich auch neu. Liste of people to send car to don't forget to send f word. Tage seit Vorfall? Hm. Und das Lama ist für mich auch neu. Und das hier oben ein Würfel drin ist. So, aber ich wollte einmal die Oh, wir haben eine Karte. Ich wollte einmal die Kettensäge ausprobieren. Nice. Das ist so geil. Das ist so geil. da so. So, aber ich mache jetzt wirklich Feierabend. Das wird langsam ganz schön spät und ich muss pennen. Ich wünsche euch da auf jeden Fall eine gute Nacht, einen angenehmen Schlaf Und dann sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder Ich denke mal, da werde ich mich spontan entscheiden, was ich zocken werde Ja, vielleicht werde ich Ich muss mal gucken, genau Aber so wünsche ich euch erstmal eine gute Nacht Angenehme Träume Und ja, für den Anfang ist es ja So gesehen Erstmal relativ gut, was wir hier Geschafft haben Aber ja So muss man dann erstmal Gucken, was wir dann in die Tage bauen werden Aber die Kabelproduktion Und Drahtproduktion Ist schon mal ganz Nice Ja, also Gute Nacht euch allen Danke fürs Dabeisein Ich wünsche euch einen schönen Abend Und dann bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao